ja hallo ich bin's wieder der tampi mit einer weiteren folge zu der golf club 2 ja ich habe einen neuen kurs erstellt und zwar bierstübchen glisswig holstein sollte eigentlich schließlich holstein uhr heißen aber ja ich hatte nicht mehr genügend buchstaben frei ja ich würde sagen haben wir doch einfach mal an blablabla hier geht mein controller nicht blablabla und beginnen so dann wollen wir mal gucken hello there my name is john and i'd like to welcome you to the golf club to see what this course has to offer today okay good stuff okay looks like we have around 155 yards to go ah missed All right, nice little two-foot putt. Great putt, and that is for par. Nice way to start things out, even par. Nice, should be at the fairway, looking at 125 yards-ish to the pin here. It doesn't exist. Stay up! So, now I'm going to do a flop. So, now I'm going to go up. Come. Bleib zu liegen. Bleib liegen! Oh, no. Ernsthaft? Ernsthaft? Hm. Hm. 45. Okay. Okay. Hätte ich mal gleich machen sollen. Das war ein Double Bogey. Okay. Let's put this ball out there. I'm a kitten. It's looking good. It's looking good. I'm going to go up. I'm going to do a lot of work. I'm going to do a nice job. So, 35. Ich komme einfach nicht aufs Grün. Wo ist der Wind? Ich komme einfach nicht aufs Grün. Ich komme einfach nicht aufs Grün. Ein bisschen 5-Footer hier. Nichts zu schrecklich. Solid. Gut gemacht. Gut gemacht. Und das bleibt ihr für die Runde. Okay, es ist Zeit für den Ball. Okay, es ist Zeit für den Ball. Okay, es ist gut so far. Ich schaue mir an ein 210 oder so Yard Shot hier. Hmmm. Hmm. 508 bis 204. Okay. Gar nicht optimal. Naja. Ja. Okay, wir sind in der 1st Cut. Aber ein bisschen Chippe auf den Green. Und wir werden gut. Gehen! Ah! Daubeil! Very nice. Alright, wir sehen uns wie das noch weitergeht. Okay, so, das wird dich zu zweit für die Runde. Ah, das war mein Böde. Okay, Part 3. Let's see if we can drop this T-Shot close. Looking good. Okay, 20 feet. To the top. Geh rein, geh rein, geh rein! Mann! Oh! Just missed the birdie. So close. Maybe a card here, though, huh? Shit. And that'll keep you at two over for the round. Alright. Let's let her rip. Sweet. 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 Wait. No, that's fine, that's fine, that's fine. Yes. First birdie. Okay, this is hole number seven on the tee. Let's do this. Das ist eine Schönheit. Stop, 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 stop. And for the bird. And for the bird. Yes. Okay, that takes you down to even par. Nice. Okay, here we go. This is a beauty. This is a beauty. 304. This is okay. All right, and we are about 160 yards or so from the bin. Good to see you. Good to see you. Yeah, that was great. Ich hab's beim Schlag schon gemerkt. Naja, ha. So, 22, oh, Wind, 10. Stop, 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 on the order. And you're on the green, with a very long hut in your future. Ah. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. And with that, you will stay at even par. All right. Let's let it rip. Oh, jetzt wird es kritisch. It's looking good. Jetzt wird es schwer. Jetzt wird es schwer. Ja. Okay, for the birdie. For the birdie. Yes. Nicely done. Long putt. Okay. One under for the round. Okay. Here we go. Ja, hier muss man echt aufpassen. Ich darf nicht zu nah ran. Und sonst kommt man nicht über die Bäume mehr. And from here, we're right around 170 yards out. Heading for the green here. Stop. Und wieder runter. On the green with much work to do. For the birdie here. Hmm. Wieder zu wenig. All right. About a three footer here. And you're in the hole with a nice punt. And that'll keep you at one under for the round. Okay. Let's plunk her in the fairway. Oha. Jetzt wird es schwer. Gegenwind. It wasn't good so far. Oh, ich bin oben. Jetzt ist es noch mal schwer. Boats. Uh. 190 yards. To go. Hier. Oh, jetzt ist es noch mal schwer. Oh, jetzt ist es noch mal schwer. Ich habe gerade noch mal Glück gehabt. Oh, ich habe gerade noch mal Glück gehabt. Gerade noch mal Glück gehabt. Ah, das war ja aber nix. Das war nix. Geh rein! Shit! Naja, wieder even par. So. Oh komm, komm, geh rein, geh rein, geh rein! Eiii, fast n Heio. Schade. Okay, one under for the round. Okay, it's time to send this ball on its way. Nice, should be in the fairway. Lieber nicht ganz voll ausgeholt. Oh ha, oh ha, oh ha, oh ha. Oh ha. So, we have about 165 yards to go still. This one's looking dialed in. Boah, nix schlecht, nix schlecht. Nice approach here on the green. This one's for birdie. Oh no, a bit too far to the left. Ah, no. And that'll keep you out one under for the round. Okay, let's aim for the pin and hope for the best. So. 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 Oh, no. He trumpte da vorne auf. Don't fly. Fuck. Okay, let's get this ball onto the green so we can start with the puck. Shit. Shit. No, right? No, right? Man, 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 man. Little six footer here. Nothing too scary. Thank goodness you dropped that one. There's a bogey. He did even par. And that hole puts you up to even par. All right. Let's let her rip. It's looking good. Okay. Now it's hard. I'm going to go ahead. All right. We're right around 125 yards out. I'm going to go up here. That's a long name. Okay, looks like about 18 feet from here. Uh-huh. Missed. God. Great pot in there. It's hard. And that'll keep you at even par. Nice. At even par is okay. A big hole coming up. Even par is okay. Looks like you'll be in the short stuff here. Okay. Get it closer. Whoa. Let's get it. So. I'm just going to go. I'm just going to get it. Oh, no. So, Aionacht. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Okay, here we go. Hmm. Hope this one has some teeth. Okay, I think we'll be two puttin' from here. Ten footer here. I think this can go. Yes, birdie. Well, after looking at that scorecard. Ja, minus 1. Ja, ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Oder einen Kommentar oder ein Abo. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Moin moin.